Ich bin gekommen, um alles wieder gut zu machen. Anfangs war ich dir böse, weil du mich angeschwärzt hast, aber jetzt weiß ich, dass ich der Schuldige bin. Und diese Schuld möchte ich jetzt abarbeiten. Ich stehe ganz zu deinen Diensten. Und, äh, was hast du zu verkaufen? Ich verkaufe nur noch das Konzept der Karma-Neuordnung. Das kann man nicht verkaufen. Karma wird vom Kosmos vergeben. Da bin ich aber platt.